Razor, ein wunderschöner Style von mir, ja, 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 herrlös ist dies ein Insel, schöner blauer Himmel und blaues Meer, ja, ja, spricht für sich selbst, ja, 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 Den habe ich noch mit Rasa gestylt. Okay, den Stil ist nicht gesenkt. Kannst du sehen? Ja. Ich habe mein ganzes Leben lang gestylt. Ja. Ich bin mit dem Stylepen auf die Welt gekommen und habe sofort gestylt. Also jedes Baby ist irgendwann ein Kind und nimmt einen Stift in die Hand und malt und zeichnet etc. Ich habe nie damit aufgehört. Verstehen Sie? Ich habe immer weiter gemacht. Das Habern, ja. Das ist wertsam. Was er tat, ja. Ja, ja. Heiliger bin ich, äh. Ich bin Paul der Hüt. Ich bin alles was Wert hat. Ich bin Ra und Julius Caesar. Ich bin Galvatron. Star-Bally. Galvatron ist der perfekte Star. Verstehen Sie? Ja, ja. Ja, ich bin der Unicron, der große. Ja, wollen wir das? Der alle unter einem Himmel vereint hat. Das Universum. Der Unicron wird zu United-Tron. Ja, verstehen Sie? Galvatron hat ja einen Star-Bally. Übrigens. Sie müssen sich die Formen von seinem Schädel bewundern. Welchen Sie beziehungsweise ansehen. Ja, Sie müssen das verstehen. Galvatron hat ja einen Star-Bally. Und... Optimus Prime ist ein Rasa-Bally. Da muss ich jetzt nochmal den Rasa-Style nehmen. Dann ist das er wieder. Ja, ich zeige ihm dann noch mehrere Styles noch. So, dann wollte ich den hier auch noch zeigen. Razor-Style-Commandant. Richtig Styler. Astral-Astral-Atamat.com sieht richtig Styler. So, mal gucken eben den Rasa-Style. Da ist... Ne, das ist ein Razor noch. Das ist der Rasa-Style. So. Rasa... Moment. Äh, das ist ja gar kein Rasa-Style. Da habe ich ja geschrieben... Raa... Ich hab die C's ja gar nicht gesagt. Boah, irgendwie verstehen die, was ich habe. Den habe ich jetzt erst begriffen. Den habe ich jetzt erst gemerkt. Da steht ja gar nicht Rasa. Wie geil. Bitteschön. Ich bin so Ultra. Ich bin der King. Ich bin der Ultra-King-Krone. Der Razor. Rasa... Jetzt muss ich wieder bauen. Verstehst du? Ja, das ist artikuliert. Ja, natürlich. Ja, was heißt das denn? Ja... So, ich muss jetzt wieder bauen. Ja... Ich könnte auch sagen, da sind Details drin. Ja, Moment. Ne, das ist aber nicht die höchste Artikulativität. Und ich sage Artikulativität, auch wenn man was anderes sagen könnte für Artikulativität, weil das ist artikuliert. Und ich sage, das ist artikuliert, das ist artikuliert. Ja, das stimmt aber alles. Sie verstehen das nicht. Äh... Wenn sie mir sagen, das und das und das und das und das, stimmt aber nicht. Regeln. Ja, dann habe ich aber drei Stunden Zeit, ja... Zu schreiben. Wieso das doch stimmt. Ist ganz normale Gesetze. Weil ich habe, dass das stimmt, was ich sage. Alles. Kann man das bitte haben. Ich bin eine Complete-Methode-Matthaban, richtig. Und alles, was ich sage, schreibe ich. Habe ich. Ich kann das sogar schreiben. Haben Sie schon Letters von mir geschrieben gesehen? Ja. Ich bombe Großbuchstaben pur ohne Punkt und Komma. Das ist ein richtiger, ja... Weil es höher hat's. Verstehst du? Ja, weil ich höher bin. Nicht, ich habe gehört, das ist höher und dann mache ich das und zwinge mich dazu, obwohl das total schwierig ist. Nein. Ich bin so hoch, dass ich nur das haben kann, ja... Und dann hast du Write. Du hast nicht mehr den Write, wenn du Punkt und Komma mitwritest. Du hast nicht so hoch wie ich und dann Write und Punkt und Komma hast du mit. Das geht nicht klar. Und du kannst auch nur so hoch haben, wenn du das alles auf Großbuchstaben gestellt hast. Ja. 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 Verstehen Sie. So, weiteres Teil. Razor. Yes. Razor King. Style Styler. Richtig Style Design. Astral. Astral. Komplit. Richtig. Wert King. Richtig Razortown. Richtig. Rastaga. Richtig Komplitach. Richtig Komplitach. Richtig Komplitach. Richtig Komplitach. Richtig Komplit. Richtig Komplit. Rastag. Komplit. Ja. Okay. Aber du da bist unter, wenn du gegen mich einen Komplott hast. Komplott ist nicht wert. Komplott. Ja. Komplott. Moment. Ja. Ist Komplott wert? Ist ein Komplott wert? Ja. Ja. Komplott ist nicht eine Verschwörung. Richtig. Können verbundene Leute gesetz, was Verbindung bedeutet. Also gesetzwert Leute einen Komplott haben. Ja. Achso. Ja. Komplott ist wert. Ja. Ja. Das weiß ich. Verstehen Sie. Ich wollte ja nur mal hören. Ja. Verstehen Sie. Ja klar weiß ich das. Ja. Ich weiß aber immer. Alles ist ja. Wie lange hat das jetzt gedauert? Neun Sekunden. Bis ich das hatte, dass Komplott ein Wert ist. Ja. Komm. Verstehen Sie. Ich hab das die ganze Zeit. Ich hab das die ganze Zeit. Ist in echt tausend Promils. Ja. Ich wollte ja nur mal hören. Ja. Ich weiß. Ich weiß nicht. Wenn man das Wert hat. Ja. Dass ich dafür jetzt nur neun Sekunden gebraucht habe. Ob Komplott ein Wert ist oder nicht. Und ich hab das jetzt tausend Promils. Ist Astral Komplott. Ist Wert. Weil ich hab das. Verstehen Sie. Jeder rein. Ja. Ist das dann immer. Haben. Immer alles. Haben. 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 Ist sozusagen ein Oberbegriff. Wissen Sie denn. Was haben bedeutet. Da stecken ja voll viele Details da drin. Wenn Ihnen das jetzt mit mehr Worten antikuliert. Was das heißt. Das kann ich nämlich. Das müssen Sie aber auch können. Ja. Das stimmt. Ja. Das sag ich Ihnen. Wert. Menschen. Können. Habern. Komplott. Und das ist Wert. Was ich da vorhin hatte. Und damit ich da. Also ich hab das Habern. Ja. Ja. Und dann hab ich das. 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 Das stimmt. Das. 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 Das stimmt. Ja. Ja. Es gibt Sachen die heißen. Wert. Es gibt Sachen. Die sind unter. Oder. Ist eine Sache wert. Ja. 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 Begriff ist wert. Sag ich. Eine Sache ist wert. Wenn ich mich jetzt sofort entscheide. Ist eine Sache ist wert. Ja. Das hab ich die ganze Zeit. Ja. Ich lauf mit Optionen durch die Gegend. Das ist ja schon logisch. Ja. Ja. Du musst alles astral exakt haben. Ist das oder ist das nicht? Ja. Dann bist du der Weltkommandant. Ja. Dann bist du. Ja. Dann bist du. Ja. arágrig gesagt. Anführer. Die. Welte Kommandant haben. Darst du. Das sind für sich. Das sind Sie. Ich bin ein Weltkommandant wert. So. Das reserved Razor. Right complete. Vielen Dank.